weil das nervt doch irgendwie warte mal ich hab was entdeckt bitte hast du es entdeckt aber licht gab's aber licht gab's schon ne mach's doch mal schau ja ne ja doch nochmal schaufeln bitte äh wie wir können uns das natürlich auch hier schick machen ne irgendwie ist das ja ganz nett hier ja ich hab im moment nur einen stein über ich muss schon das sofort abbauen jetzt hab ich dir davon egal hab ich aber soweit ich weiß nicht aufgenommen ne warte hier ja simpel ja ich kann mir auch hier selber abbauen bleib mal kurz da wo du bist ich will nur kurz was gucken an sich können wir auch erstmal hier äh gut überleben am anfang ja die steine hab ich aufgenommen oh was ist das hier für ne kleine das sind noch nicht mal ne kleine pisshöhle ja eben deswegen ja ich hab gedacht ich hab ein eisen hab ich hier gefunden für uns ich hab gedacht hier findet man wenigstens schon mal ein bisschen kohle hm glaub nicht in die truhe mach ich mal eben kurz so relativ unwichtige sachen lol was los das war anders gedacht ähm ich hab irgendwie das wasser hier reingelassen okay ist egal ja ich wüsste nicht das so ein ding ist egal hast du einen aufgang nach oben gemacht gut weil ich geh nochmal eben kurz bisschen äh holz fahren ja ok ich komm mit aber hast du ne axt für mich ja mach ich für uns beide unser crafter das ist kein ja das stört mich nicht irgendwer muss die drecksarbeit machen haha ganz mal nein hier ich hab sie dir hinter dir hingelegt ja danke bei mir ist egal ich kann auch holz machen dann hol du dings äh stein oder so soll ich das sie so ein bisschen ausbauen vielleicht so ein bisschen schick machen vielleicht mach zwei bisschen schick ja das ist besser ja und am besten paar gänge zu machen dass wir erstmal nur wie so ne Art Eingang haben ja wenn ich genug stein habe weil ich hab keinen Bock dass die creeper von überall kommen willst du mich jetzt verarschen da ist alles voller stein ja ich mein ja ich muss das erst mal abfarmen bevor ich das wieder setzen kann ja dann sag wenn du kein nix mehr hast oder warte ich komm mal eben zurück und gib dir das holz was ich jetzt gefarmt hab setz ich dir eben in die truhe wofür ja wenn du neue sachen brauchst achso na gut und dann besorge ich uns auch noch mal eben ein bisschen essen ne das ist so ein schlechter die zwei hab ich noch aber ich hab nur noch einen wo wissen du hin also ich mach dir das hier nicht ja ich mach dir das hier in die truhe hast du 32 platten sehr gut also damit müsstest du ja das reicht dann müsstest du ja wenn das nicht gereicht hätte dann jetzt muss ich wegen dir so weit laufen weil du hier schon alle kühe getötet hast alle drei alle drei hab ich getötet ja ich hab hier vorne schon wieder vier von entdeckt wir müssen aber die später züchten ne ja ja klar wenn wir getreide und so haben deswegen will ich jetzt auch nicht alle töten ich töte mal nur hier drei ok ich töte jetzt hier vier weil die alle auf einem haufen stehen tüte alle wir können ja weiter ziehen später mal gucken wie sich das so ergibt ähm truhe alter mit dem steinschwert sind nein man müssen hier hinstehen weißt du wie viele hier sind hier sind locker 20 stück und ich bring mal direkt kohle mit ne weil die mich hier grad in so eine höhle getrieben haben eine oberfängliche ja da können wir ein bisschen Licht machen abends ein bisschen Licht und wir haben auch genug ja wir haben auch genug zum brennen also ich hab jetzt 15 Fleisch ich mach nochmal 2,3 18 Fleisch und ich hab auch schon neun Fell also 10 aber ich muss jetzt selber was essen so gut dass ich alles mit hab ja so toll einmal kohle ist hier oder was wey alter warte ich muss noch kurz boah was los wird zu laut die Musik fuck äh die Musik ist zu laut ja ja ich hab die ja auf 7% oder so also ich hör so ganz leise im Hintergrund ok ich hab hier doch ein kleines Floß gefunden ah das wird immer größer schön 10 Kohle hab ich bis jetzt na das ist immer gut später wird man sich darüber kaputt lachen aber egal ja später wow ich hab hier ne kleine nice Höhle aber da geh ich jetzt mal alleine nicht rein hab keinen Bock mich zu verlaufen hm typisch oh ich hab Lava gefunden hm wie mach ich das denn und alter ich hab nen Rift gefunden da müssen wir nachher rein ok das ist das ist auf jeden Fall geil ok und ab nach hause obwohl na ein bisschen kannst du noch wenn du willst ja das ist ja nicht ja ich versuch mal noch so ein paar Samen aufzutreiben na das ist auch gut du kannst auch den den es gedrückt halten und einfach durchrennen ne ist das schon klar ja ich weiß aber die stehen hier so doof nebeneinander da kann man nicht gedrückt halten hm rufen kann ich gedrückt halten ne kann ich nicht oh ey wie wenige kommen denn hierbei raus ich hab erst 10 Stück das reicht nicht das reicht nicht das reicht nicht ich will mehr ja Junge was sollen wir mit 10 Stück 10 keine Ahnung zielen du kannst 10 zielen Junge du weißt schon dass du dich unter Wasser befindest teilweise ja ich weiß ich hab's schon reingelassen ja ich meine nur wow ich meine nur soll ich erstmal ja ich bring jetzt mal das ganze Fleisch ne 21 Stück sind das ja ja das reicht erstmal Fleisch macht ja gut was wenn es gebrannt ist ich glaub 4 oder so ne ja die 12 ja hab ich schon ausprobiert die 12 Kohle und so den Rest pack ich auch erstmal da rein ich mach mal so eine zweite Ebene rein ja weiß nicht mal gucken müsste sowieso ein bisschen tiefer weil da das Wasser ist ach du scheiße wie das aussieht zieh es dir rein guck mich an ziemlich gay ich weiß aber jetzt bin ich wenigstens teilweise geschützt jetzt wirst du von schwulen angemacht ja ich treff nicht die Zombies nicht mehr an jetzt kommen die schwulen boah das sieht echt scheiße aus und außerdem hat mir das nur zwei Rüstungen gegeben hm wey hat's voll gebracht ja dass das nicht viel bringt war mir sowieso von vornherein schon klar hm ich versuche hier so ein Konzept reinzubringen naja ich bin gespannt ich bin ich lebe mich einfach mal kreativ aus aha kreativ ihr seht es Leute ich nehme zwar leider nicht auf aber es ist sehr kreativ was Marvel im Moment macht ja ich äh begucke mir alles und mit meinem architektonischen Gehirn verarbeitete ich es haha das ist zu viel das ist zu viel too much ja und nicht nur ein bisschen soll ich uns schon mal versuchen ein Feld anzulegen in der Hoffnung dass die Creeper das nicht zerstören meh noch nicht in den nächsten zwei drei Tagen so ok ja ok wärme dafür schon alles das Fleisch ist jetzt auch gleich fertig 14 sind schon fertig wow was sind das hier unten brauchst du neue Spitzhacke? ja ich mach's schon ja ich hab genug äh stein ja ja wegen wegen Holz ja hab ich auch noch ein bisschen passt schon gut soll ich für uns noch irgendwas holen? während du dich hier kreativ auslebst kann ich hier nicht viel machen ähm ja brauchst du noch irgendwas? also momentan mangelt es mir nichts oder was ich mach's schon mal ja 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 ja